Ein Roman, der mich kitzelt und irritiert. Ein Gegenwartsroman mit extra viel Gegenwart. Pixel-Tänzer von Berit Glanz spielt auf zwei Zeitebenen. Zum einen im modernen Berlin aus Sicht einer jungen Frau. Beta, die in einer Programmschmiede bei einem Start-up arbeitet. Zum anderen aber in den 20er Jahren. Da gab es eine Schauspielerin und expressionistische Tänzerin namens Lavinia Schulz. Und das große Glück war, dass ich nichts über ihr Leben wusste. Das heißt, mein Ratschlag ist, nicht zu Wikipedia gehen, nicht nachlesen, was mit der historischen Persönlichkeit Lavinia Schulz passierte. Auch Beta weiß nämlich am Anfang nicht. Sie benutzt eine neue App namens Dorn-Tastic, wo sich fremde Leute anrufen und gegenseitig wecken. Jemand, der sie weckt, hat eine Maske in seinem Dorn-Tastic-Profilbild und Beta begibt sich auf eine digitale Schnitzeljagd. Wenn jemand in einem Artikel das Wort Twitter benutzt, dann sagt der Redakteur oder die Redakteurin oft, nee, das geht so nicht. Nicht einfach nur Twitter schreiben, sondern der Internet-Kurznachrichtendienst Twitter. Das Internet-Auktionshaus Ebay. Diese Plattformen gibt es jetzt seit 10 bis 20 Jahren. Und ich bin immer hin und her gekippt. Soll ich jetzt den Computer aufmachen? Soll ich googeln oder ertrage ich es? Dass auf jeder Seite vier bis fünf Begriffe stehen, die ich nicht kenne. Begriffe aus der Start-up-Kultur, bestimmte Apps, zum Teil erfundene Sachen, reale Dinge. Es war eine endlose Einladung, immer wieder aus dem Buch zu gehen und mich mehr zu informieren. Wir sind nicht mehr in der Welt, wo jemand sagen muss, oh Gott, da stand Ebay. Aber ich weiß gar nicht, was das ist. Dieser Text hat mich jetzt allein gelassen. Und das ist eine Art des digitalen, gegenwärtigen Erzählens, von der ich mir einfach viel mehr wünsche. Beta ist dann zunehmend fasziniert von Lavinia Schulz und der Unbedingtheit, mit der diese Frau in den 20er Jahren sagte, ich muss nicht reich werden. Kunst ist wichtig, nicht alles muss einen Sinn ergeben und kommerziell verwertbar sein. Während sich Beta in der Welt bewegt, wo alle sagen, oh voll toll, aus dieser Idee kann man doch sofort irgendwie Geschäftsmodellen machen. Hier ist noch ein Inkubator, der euch dann das nötige Venture Capital zuspielt. Das siehst du in so einem neoliberalen System, wo alles irgendwie einen Sinn ergeben muss finanziell. Während sie selbst einfach unglaublich gerne spielt, Sachen rausfindet, sich digital treiben lässt. Gegenwas Literatur, vor allem Bücher mit Ich-Erzählern, Ich-Erzählerinnen, haben mich in letzter Zeit ein bisschen verpfuscht. Denn sobald jemand Ich sagt, höre ich ganz genau hin und überlege, was erzählst du nicht? Welche Wunden oder Verletzungen hast du? Kommen diese Schädigungen durch dein Umfeld? Das heißt, jedes Buch über eine Programmiererin ist für mich auch ein automatisches Buch, wo ich denke, alles klar, hier wird jetzt erzählt, wie die Welt der Startups und die digitale Welt Menschen schädigen, hemmen, überwachen, deformieren. Pixel Tenser ist kein banales Buch. Es ist auch nicht kunstlos geschrieben. Ich habe sehr gerne zugehört und fand vieles sehr präzise erzählt. So ähnlich geht es auch mit der Autorin Berit Glanz. Wir sind keine Freunde, aber wir sind Netzfreunde. Ich lese ihren Twitter-Feed mit und weil sie dauernd Dinge sagt wie, hey, Zugfahren ist eigentlich ziemlich schön oder hey, habt ihr schon diese Doktorarbeit gelesen? Da standen unglaublich faszinierende Dinge drin. Das heißt, ich habe da was gesehen, es hat mir keine Angst gemacht, es hat mich nicht wütend gemacht. Es geht um Neugier, es geht darum, Sachen auszuprobieren und ich bin jemand, der ständig wütend ist oder sich über Sachen erregt. Es ist schon schwierig, Beta zuzuhören und immer nur zu hören, dass sie so interessiert ist und dass sie alles so nett und angenehm findet. Ich finde, wir brauchen auch Wut. Es reicht nicht, immer nur zu sagen, oh, schaut mal, ist das nicht kurios und darüber kann ich lachen und das ist doch bestaunenswert. Wäre das zum Beispiel jemand, der einfach tolle Sachen über Sexismus und Feminismus twittert und da war ich schon irritiert, dass dieses Buch jetzt nicht die knallharte Satire ist oder das wütende Buch, das uns erklärt, was an Startup-Culture kaputt ist. Ich fand das subversiv. Es war einfach schön, mal 250 Seiten mit einer Erzählstimme zu verbringen, bei der ich nicht die ganze Zeit vor allem dachte, was an unserer Gegenwart hat dich bloß so ruiniert.